Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und Demo Gorgons Versteck mit meinem Magier Prüfungswarteliste for the win. Wir gucken mal was da so rauskommt. Das kann jetzt ganz schnell gehen, kann aber auch eine echt zähe Nummer werden. Gucken wir mal. Wir warten wieder bis sich alle sammeln. Ich beschleunige mal wieder, weil das ja immer dauert. Irgendwer muss immer noch ein Kind zeugen, Baumpflanzen, Haus bauen. Ich bin ja auch stumpf auf Single Target, auch wenn dann noch ein paar andere Typen kommen und nicht nur Demo Gorgon oder Goristro. Aber es macht einfach mehr Sinn hier auf Single Target zu gehen. So, kommen wir ja. Solange einer noch das Video anguckt, kommt er nicht. Hat der Letzte das angeguckt, ist es vorbei und Demo Gorgon kommt und wir müssen ihn auf 50% seiner Trefferpunkte runterprügeln. So schnell wie möglich, weil je länger der Kampf geht, desto mehr kriegen wir auf die Mütze, desto mehr Wahnsinns-Decks, desto mehr Gegner, desto mehr... Das war jetzt schon wieder geiles Movement. Alter, nicht. So, immer drauf, immer drauf. Raus aus dem Wahnsinns. Pinkfarbenen, rosafarbenen Flächen. Und drauf, 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 drauf. Zack, 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 zack. Und 50%. Das ging fix. Auch eben die Portale hier wegmachen. Und da ist schon Goristro, der gleich erstmal so einen Stampfer macht, weg aus den roten Flächen und immer drauf. Zack, 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 zack. Das gelbe Portal ist auf der Seite da, auf der rechten leuchtet's. Wenn er also losrennen will, genau den Strahl dann bitte in die Richtung, geht doch mal weg mit der Fläche. Hm. Okay. Ich stand noch mit dem Fuß in der Fläche eines anderen. Oha, warum habe ich die Aggro-Hilfe? Und habe deswegen schön Wahnsinns-Stacks abgekriegt. Jetzt habe ich mich aber gereinigt. Da geht er weg mit den Stacks. Oha, rote Flächen weg, weil alle die drinstehen, kriegen einen Stack. Wahnsinn. Wahnsinn. Warum? Nee, nein, ich singe. So, einmal drauf, 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 drauf. Oh, ich habe eine rote Fläche. Ich werde sie gebrauchen. Geh weg. So, okay. Wir holzen ihn ja. Der hat echt Trefferpunkte. Das ist Wahnsinns. Selbst der Demogorgon, echt eine Lusche gegen. Der Typ kann echt was ab hier. So, zack, 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 rum. Fläche, fläche, fläche. Ich will alleine stehen. Geh weg von mir. Geh weg. Sorry. Ja, gleich haben wir jetzt weg aus der roten Fläche. Jawohl. Überall fallen Steine vom Himmel. So, kann noch ein bisschen Artefakte und Ulti und so. Bevor mich der Wahnsinn übermannt und ich nicht mehr... Oh, geil. Schön ins gelbe Portal geschossen. Und tot ist er. Demo kommt wieder. Fall um, Fall um, Fall um. War, okay. Nicht in diesen Flächen stehen. Das war ein riesiger Wahnsinns-Stack, den ich gerade gekriegt habe. Aber das ziehen wir jetzt durch. Da hinten ist irgendwie ein Avatar von mir. Der ist aber so weit weg, der soll gefext. Zu mir kommen, wenn er was will. Lol. Okay, das war schon. Cool. Und er ist tot. 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 Cool. Truhe aufmachen mag ich. Auch wenn ich nie was kriege. Ähm... Da ändert sich... Oh. Oh, Mann. Naja, gut. Okay. Mhm. Das war nix. 5 Gefährten aufwertungsmanka nämlich sowas. Besser wird das hier nicht mehr. Ey. Meine Güte. Okay. 5 Min. 26. Das war für ne PWL ordentlich. Okay. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschü-Hü-hü-s. Untertitelung. BR 2018